herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der klemm baustein lyrik und gerade noch das auspacken gefilmt zwei tage später habe ich es dann auch fertig gebaut und mich auch noch mal besonders bemüht keine baufehler drin zu haben ja mal sehen ob es mir gelungen ist wir sehen auf jeden fall jetzt hier den loop coaster da oben steht es auch schon mit loop in seiner ganzen größe mit 92 zentimetern mit elf minifiguren so ein bisschen was drumherum das drumherum hatte ich ja auch schon im auspack video gezeigt 3756 teile für knapp 400 euro sind 10,64 cent pro teil ab ersten juli gibt es das zu kaufen ja ganz offiziell am fünften aber nun gut und wir schauen mal ob es denn funktioniert wir kurbeln dann geht der aufzug hoch und wir haben jetzt inzwischen mehrere zuschauer gesagt schon dass es tatsächlich solche achterbahn gibt wo es mit dem aufzug so in dieser form tatsächlich nach oben geht so gesehen ja ich finde es immer noch cooler wenn man so eine schräge hat oder irgendwie was anderes was so noch typischer ist aber es scheint also nicht komplett und typisch zu sein was wir noch gleich bereden müssen ist das runterfallen dann dieses aufzuges wir haben noch quasi ein fallturm mit drin ja und wie wir hier sehen zack kann das auch böse enden aber das gibt gründe da kommen wir gleich noch zu so was erstmal kein spaß zu bauen ist ist die kette mit über 200 teilen da sehen wir schon zwei unterschiedliche ketten elements abschnitte einmal so einzelne und dann etwas breitere und die breiteren die sind nämlich dafür da diesen wagen dann hochzuziehen wir gucken uns nämlich jetzt mal diesen gesamten mechanismus an der dahinter steht der ist nämlich wirklich spannend da ist das breite das greift sich den wagen und schiebt ihn nach oben während er sogar in der linken wand dort mit geführt wird wir sehen drehen hier an dieser kurbel da ist auch schon was vorbereitet wo der motor dann ran kann deswegen ist noch mal so ein zahnrad nach oben umgeleitet dann geht es nach rechts da sind die kettenelemente die dann da über so ein zahnrad bewegt werden da muss man so ein bisschen rumfummeln ob es denn genau die anzahl der kettenelemente dann auch trifft ich glaube 222 oder so ähnlich muss es sein damit das auch ordentlich gespannt ist sonst vielleicht mal einen rausnehmen oder mal wieder reintun wenn es ein problem ist da sehen wir wie es drin hängt und wenn er dann oben angekommen ist dann werden wir noch mal diese führungsschiene auch sehen dann fahren diese wagen automatisch aufgrund der schwerkraft nach unten wenn es denn funktioniert in der regel funktioniert es dann wenn man alles richtig festgedrückt hat das war hier ein problem kurzfristig weil ich das gesamtensemble durch die gegend tragen musste ja aber gucken wir uns erstmal nochmal den mechanismus weiter an da bleiben jetzt erst mal die wagen an diesem rad hängen das bremst die ab aber die der gleiche mechanismus diese gleiche kurbel bewegt auch dieses rad da geht diese stange unten weiter und dadurch wenn sich das nämlich weiter dreht wird auch der wagen weiter bewegt dann sah man da den roten zapfen der das abbremst aber wenn unser aufzug runterknallt dann bewegt er nämlich auch diesen da sehen wir ihn den zapfen nach unten der ist auch noch leicht gespannt da hinten ist ein gummiband und dann gibt er den weg frei unser wagen kann da reinfahren und da da so eine lücke ist hat es auch tatsächlich dieses ratter geräusch wie man sonst bei achterbahnen auch kennt wenn die dann so über die schienen fahren so jetzt ist er wieder bereit und dann kann sie wieder losgehen unsere wilde fahrt jetzt müssen wir warten bis diese etwas breiteren kettenelemente unten sind da sind sie sie greifen sich das ganze und damit es wieder runterfällt werden wenn sie wenn man da oben ist diese kettenelemente durchgezogen und sobald die weg sind knallt er eben runter da sehen wir diesen wagen der da das ganze nach oben befördert da sehen wir auch dass da eine ein band verläuft und da kommt nämlich was hochgeschossen da sehen wir nämlich ein gegengewicht das ist gebaut und läuft auf weiteren achterbahnschienen also ich hatte mich erst gewundert warum baut man da noch schienen sind das reserven nein da sehen wir es da sind nämlich zwei achterbahnwagen drin verbaut die wiederum in diese schiene greifen und das gegengewicht darstellen und das bremst das ganze ein bisschen auch ab wenn es runter knallt aber eben nur so ein bisschen habe ich das gefühl da ist es bei dem fallturm bei dem geisterhaus deutlich besser mit dem abbremsen gewesen hier sehen wir die schiene wie sie darunter geht also das macht schon ordentlich wumms wenn es runter knallt ja das ich habe mich auch erst gewundert habe ich vielleicht nicht irgendwie irgendwas falsch eingebaut man muss nämlich auch einstellen dass dieses gegengewicht um an der richtigen stelle ist aber nach meiner einschätzung muss das so richtig sein wer dagegen teilige meinung hat gerne in die kommentare noch mal ein update so da fährt er nämlich nach oben dann geht es in den doppel dubbing und dann knallt darunter und dann sehen wir da wie das gegengewicht hochgezogen wird anhand der schiene und da sehen wir noch mal gleich hier runter damit zapfen rein und wagen ist wieder bereit für die nächste tour müssen wir wieder ein bisschen drehen und dann geht es aufwärts bisschen mit motor werden wir gleich noch zeigen ich habe da mal was vorbereitet gleich aber so jetzt noch mal die gesamte fahrt nach oben rein da jetzt klappt es auch also es war tatsächlich am anfang deswegen so ein bisschen schwierig weil da von meiner seite durch den transport wohl hier und da sich leicht was gelöst hat also man muss es wirklich dann gut festdrücken hinten an den richtigen noppen befestigen hier sehen wir den eingang da ist dann so ein brauner weg das ist ein kleiner gag den finde ich ganz witzig da ist ein luftballon der sich gelöst hat und nun in der achterbahn hängt also es einfach an die noppe gehängt da sehen wir auch bitte keine eichhörnchen mit reinbringen ja da ist ein eichhörnchen schon mal in lauer stellung so dann sehen wir eine palme und hier das finde ich auch cool dieses dach von dem einstiegshäuschen das ist nämlich auch gestaltet mit entsprechenden achterbahnschienen hier und da drin sind dann diese grauen dachelemente mit drin das gibt dem ganzen so was schönes rundes könnte fast der münchner flughafen sein da sehen wir die eingangs türchen und da hinten da sind als aufkleber so fotos dargestellt wie sie während der fahrt geschossen werden draußen befindet sich nämlich ein fotoapparat der nicht funktioniert so siehst du da kann man die türen aufmachen wir haben drei wagen deswegen haben auch drei eingänge da sind so angedeutet lampen an den seiten die natürlich nicht leuchten das wäre noch schöner gewesen und da da ist sie nämlich die kamera die so in den looping rein ragt so wie man es ja auch von kirmissen und insbesondere auch von freizeitparks so kennt da ist übrigens auch neue elemente tatsächlich drin also um diesen looping hinzubekommen das ist ein teil das tatsächlich auch neu ist in dieser art wir sehen noch ein bisschen was blumiges hier dann ist da noch mal was ein bisschen verziert ja aber das fällt eigentlich größer weiter auf ganz interessant das bauen hier sehen wir nämlich da schlitze ich habe auch erst gedacht habe ich mich da schon wieder verbaut ne also wenn ich das richtig sehe und nichts falsch gemacht habe steht nämlich dieses element man baut das gesamtmäßig diesen aufzug auf den noppen also sie greift nicht in die noppen sondern greift nur oder liegt nur auf der noppe auf das also nichts was da irgendwie sich versenkt und wird dann gehalten durch diese technik elemente die wir da sehen von beiden seiten das ist zwar bombenfest tatsächlich aber das habe ich auch erst gedacht kann doch nicht sein also wenn noppe dann bitte schön versenken das fand ich verblüffend hier sehen wir übrigens was da manchmal passiert wenn man es denn durch die gegend trägt deswegen lieber noch mal kontrollieren und auch hier bei diesen schiefen ebenen beziehungsweise da wo die dann aufeinander treffen da sind auch noch so teile die da eigentlich mehr oder weniger nur drauf liegen teilweise und dann fixiert werden auch das ganz interessant gebaut was ich ganz spannend fand und mich frage warum ich weiß nicht ob man so richtig sieht hier bei diesen quer streben in dem aufzug da sind nämlich diese rund elemente bestehend immer aus zwei halbkreisen beziehungsweise ja halben teilen die dann immer so versetzt zueinander gebaut werden ich weiß nicht ob das irgendwelche stabilitäts gründe gibt ich kann es mir eigentlich vorstellen weil zwei halbe sind doch meistens eher schlechter mit der stabilität als ein ganzer aber dadurch weiß ich ob dann damit mehr teile sein sollten also das hat mich so ein bisschen gewundert da falls sich noch mal die möglichkeit bietet den designer zu fragen dann würde ich da noch mal nachhaken auch da sehen wir dass da zum beispiel dieses technikelement diese stange nur auf den noppen auf liegt hier sehen wir den wagen das sind so ein paar räder die dann an der seite dran sind das heißt wenn er hoch fährt dann da auch das ganze so ein bisschen in die position bringen und dann da geht dann das benzel runter zum gegengewicht hier bei der im schiene wo es runter geht da haben wir hier noch diese einer noppen da drin die mich auch so ein bisschen ratlos zurücklassen was die sollen ich dachte beim bauen erst das sind vielleicht auch so stopper die hängen da einfach drin ich weiß es nicht warum die da drin sind ansonsten ist das ganze übrigens sehr sehr massiv habe ich das gefühl also es wird so durch sehen wir da ja da zum beispiel da unten und hier auch dann somit so quer streben da zum beispiel gehalten und das hat man ja bei der uhr achterbahn von vor vier jahren ja auch schon gehabt aber da hatte ich das gefühl hat sich deutlich mehr noch verruckelt mal hier ist es finde ich noch noch gefühlt ein tick fester alles wenn man es denn erstmal alles richtig wieder zusammengedrückt hat und meine befürchtung ist allerdings dass dieses gegengewicht oder beziehungsweise überhaupt der aufzug wenn er runter knallt doch mit der zeit so vibrationen erzeugt dass sich hier was löst das habe ich jetzt in der kurzen zeit nicht komplett dann mir hier bisher getesten können das muss man vielleicht mit der zeit mal abwarten was da so ist ja viele viele sehen wir hier die bahnelemente jeder dann dieses rad was auch mit einem gummiband noch gegendrückt wird gegen gehalten wird ja und auch hier sind sogar noch so muster drin das baut sich auch ein bisschen ja es geht also das sind so fünf minuten die so ein bisschen eintönig sind also da die kette ist eigentlich das das nervigste der rest macht wirklich spaß weil es viele große teile sind und wirklich sehr schnell viel zu sehen ist schon so jetzt können wir hier motoren drauf drücken lego selber empfiehlt ein l motor und dazu dann diese batterie box die zurzeit nicht lieferbar ist deswegen habe ich die auch nicht und ich hatte jetzt auch greifbar nur so schnell ein motor und wir sehen gleich der geht genauso und als habe habe ich jetzt hier den von der eisenbahn verwendet das heißt das war auch eine frage in den kommentaren geht das denn und wir werden gleich sehen es geht sogar mit dem motor und dann sogar mit der fernbedienung sehen wir hier von der eisenbahn da ich drücke und schon fährt er hoch und ist eigentlich okay also mit dem motor sehe ich jetzt nicht dass das irgendwie probleme macht man hat ein bisschen das gefühl dass er kämpft aber eigentlich geht es kann man sogar hoch und runter machen hier mit der fernbedienung leider natürlich dann eben nicht dauer stoff geben dass er sozusagen dauer läuft das ist dann erst mit der batterie box möglich aber das dürfte auch mit alten power functions batterie boxen gehen also wer die noch hat der würde also hier genauso dann mit was werden da sehen wir also funktioniert wunderbar da fährt er hoch und wenn wir wollen können wir sogar runter machen wir haben ja sogar noch einen zweiten anschluss da noch mit der fernbedienung auf da könnten wir jetzt zum beispiel noch da licht anbringen das gibt ja ein wahnsinnig teures lichtelement mit so zwei leds ja das wäre dann allerdings ein zwei leds machen ja auch noch keine kürbis da so ein teil oder so das wäre sogar somit zum abstand sender könnte man mit power up mit der app ja dann sogar programmieren also ja wie man es möchte nicht so jetzt sehen wir noch mal in motorisierter form dann wie er jetzt hoch fährt da sind auch aufkleber diese sterne die da sind sind nicht viele aber sind doch ein paar sagen wir beim auspacken und jetzt funktioniert auch tatsächlich immer eigentlich mit dem losfahren also das war danach dann kein problem und das highlight ist eben natürlich hier dieser doppel looping den wir dann gleich auch noch mal in zeitlupe sehen so da knallt darunter rein geht es klackert und jetzt das sind aber ja zeitlupe bilder und da sieht man auch dass es durchaus glaube ich für mitfahrende gäste ja das könnte auf magen gehen vielleicht da ist noch mal der looping und wir sehen gleich auch wenn die minifigur sich nicht richtig festgeschnallt hat dann während jetzt hier das teil da sagen wir nämlich da hinten hat sich nämlich eins gelöst jetzt so ein nicht was sie also maßgebliches teil aber es hatte sich fast gelöst und hier sehen wir da die eine figur war saß nicht richtig und schon ist raus geknallt also bitte nicht nachmachen mit den minifiguren richtig rein drücken und auch diesen bügel schließen und dann klappt auch mit dem doppel looping ohne rausfallen ja das waren wieder gott sagen der minifigur ist nichts passiert hier wurde keinem plastikfigürchen irgendein haar gekrümmt so da ist er noch mal der wagen dann wird ein bisschen nach vorn geschoben und dann fährt er da in den aufzug und es geht wieder los die wilde fahrt immer wieder dabei sein immer wieder spaß haben was können wir hier noch zeigen bisschen was von dem drumherum wie zum beispiel hier die minifiguren elf stück sind es sind ein paar verkäufer dabei insbesondere aber auch ja eben mitfahrende gäste die sind eigentlich ganz nett gestaltet wir sehen da auch die in gelb die ist mitarbeiterin die dann dort einhilft die hat werden wir gleich noch sehen hinten dann lego stehen und sie hat das hörgerät im uhr das hat mir auch öfter jetzt schon dieses kopfteil ansonsten ja schön abwechslungsreich und auch coole oberteil hier zum beispiel da dieser jeans dieses jeans dieser jeans jacke die dann da drauf so halb offen ist und jetzt noch mal von hinten ja also nicht spektakulär aber schön abwechslungsreiche unterschiedliche figuren das gefällt mir eigentlich und sogar ein kleiner junge dabei nicht also ja alles was man eigentlich um das so ein bisschen zu arrangieren ganz gut dann gebrauchen kann und hier sehen wir jetzt noch dass es immerhin sechs minifiguren sind die auch ein zweites gesicht haben und wie sie es für eine achterbahn gehört dürfen sie vor allem auch erschrocken gucken also die mit erschrockenem gesicht am besten in die wagen setzen dann haben wir hier noch einen luftballon verkäufer den sehen wir hier mit zum fahrrad und eine ganze menge luftballons und er hat das sogar auf seinem hemd dann drauf und so ein tierchen aus luftballon dann hier der hotdog stand der aussieht wie ein hotdog sind auch schon ein paar dann da auf dem grill zum beispiel und wir haben noch die bank hier mit dem eichhörnchen und dann so ein schild wo jetzt auch unsere achterbahn drauf zu sehen ist mit auch zum haunted house zum beispiel auch auf kleber und dann hier die brezel der brezel verkäufer oder die freize verkäuferin mit ein paar brezeln dabei ja das sind so ein paar sachen die man da dann drum herum stellen kann ins modell selber passen die nur so bedingt das sieht dann auch nicht aus man sieht sie da nicht da können wir natürlich die minifiguren auch noch rein tun da oben dann in diesen einstieg damit dann die auch alle ihren platz bekommen und dann kann sie wieder losgehen da geht es wieder ab bis zum nächsten mal da habe ich mal das haunted house davor gestellt und man sieht schon ja das hat größenmäßig durchaus andere dimensionen was aber auch bedeutet wer dieses set kauft also den looping der braucht auch platz dafür also das sollte man mit bedenken 92 zentimeter höhe aber eben auch 85 zentimeter breit und 34 zentimeter tief also bitte vorher mal ausmessen hier sehen wir die ganzen sonstigen bisher erschienenen sets in dieser fairground collection so heißt zwar erst seit dem haunted house aber ich gehört ja alles zusammen da haben wir auch die alte achterbahn und hier sehen wir auch den designer der das hier gemacht hat und gebaut hat beziehungsweise entwickelt hat wir sehen den erst in der ersten tüte und da wird der ganze kleinkram gebaut mit den tüten bis sieben wird eigentlich diese ganze grundplatte mit den schienen auch gebaut und dann kommt noch der aufzug mit den restlichen tüten und ich erwähnte es ja schon bauen macht auf jeden fall sehr viel spaß man hat aber auch da muss man platz haben man muss das modell ja irgendwo haben nachher werden die sachen ja auch ran gebaut also auf einem kleinen tisch wird das dann da schon eng und da werden auch große teile entwickelt also gerade dieser aufzug 92 zentimeter das sind auch teilweise einzelne teile die da gebaut werden und dann ran gesetzt werden hier sehen wir jetzt noch mal diesen hub den es ja weiterhin erstmal nicht lieferbar gibt 35 euro dafür aber dauerfeuer gibt und der ellmotor auch 35 euro oder man guckt ob man nicht mit der eisenbahn oder anderen alten power function sachen was wird hier sehen wir auch wie es getragen wird also ein eine hand drunter an die andere am aufzug damit er nicht weg kippt auch wenn er fest ist und hinten sehen wir noch mal als gag da sehen wir den roten luftballon der ja unter der bahn hängt wie er dort weg entschwindet so und damit kommen wir zum fazit und ich glaube ein derart großes modell gab es bisher nur zweimal unter anderem mit dem eiffelturm und ja das bedeutet eben auch man braucht platz dafür ist es aber auch beeindruckend was wir aber auch sehen ist die fahrt geht sehr schnell dann ist es natürlich ganz gut doch einen motor zu haben man dafür jetzt extra 70 euro ausgibt sei mal dahingestellt aber vielleicht hat man es ja noch im fundus und dann kann man zumindest in dauerschleife das laufen lassen nur bin ich da so ein bisschen skeptisch inwieweit tatsächlich hier dieser fallmechanismus das ganze mit der zeit nicht auch ein bisschen problematisch macht aber das bleibt nachzuweisen im zweifel wird man zu hause wahrscheinlich jetzt nicht stundenlang laufen lassen auf einer messe wird es dann wahrscheinlich oder eine ausstellung eher mal den härtetest geben gucken wir mal werden die ersten das dann berichten aber ich finde es cool also der mechanismus ist wunderbar dass alles an dieser einen stange und dieses ganze zusammenhängt um hier diesen gesamtmechanismus zu realisieren finde ich sehr sehr cool was überhaupt nicht cool ist ist natürlich der preis 400 euro das sollte man sich definitiv bewusst machen das ist zumindest bei mir schon fast mein das was ich hier an monatsmiete zahle also ja das ist für plastik und für dann doch kurzen spaß und problematik wohin damit dann schon etwas was sich jeder überlegen sollte da wird wohl nicht noch eine zusätzliche preisanpassung jetzt im herbst kommen soweit ich gehört habe dabei bleibt aber das macht ja auch nicht zum schnäppchen ich musste nichts dafür bezahlen weil ich als rezensionsexemplar vorab von lego bekommen habe deswegen kann ich jetzt auch so früh überhaupt hier schon zeigen aber ich schätze meine zuschauer so mündig ein dass sie einschätzen können was 400 euro für sie bedeuten ja was wie schätzt ihr das modell ein gefällt es euch ist es euer ding ist es zu teuer zu billig naja wohl weniger dann schreibt gerne in die kommentare wir sehen und hören uns dann bald wieder bis dahin und tschüss